So, willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 7 auf der dritten Schärmützelkarte. So, nachdem Prinzessin Zoe letztes Mal nicht ganz so clever war, haben wir leider ein Gebiet verloren. Das ist bedauerlich, aber leider ist das jetzt so. Ähm, ist das laut? So, so ist besser. Ähm, Gebäude errichtet, Lagerhaus, okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir das Gebiet zurück? Haben wir Waffen? 18 Waffen, wir haben 80, aber keine Kaserne, ne? Die ist noch im Baum, ne? Na, hier ist das arg. Dann shiften wir das mal ganz nach vorne. Ich meine, unsere Logistikleiste hat sich natürlich durch den Gebietsverlust auch stark reduziert. Leider. So, es steht immer noch zwei Siegpunkte gegen zwei Siegpunkte. Insofern kein Grund zur Sorge, im Augenblick zumindest. Ja, was uns fehlt, sind Pferde, ne? Pferde haben wir jetzt, äh, gar nicht. Schickt, oder? Ne, um eine Schweinezucht. Verdammt. Da mist. Ähm. Das haben wir mal einigen, vielleicht schon weniger, ist ja auch nicht schlimm. So, die Arbeiten, glaube ich, auch alle mit 100% Auslastung. Es ist gut, das ist sehr gut. Dann können wir uns hier auch ganz getrost, ruhig, ganz entspannt mal ein Pferdezug gönnen. Dann können wir Reiter... Ah, wir haben Brüder bekommen. Nein, Bruder, wollten wir irgendwas forschen? Ich glaube, wir wollten irgendwas forschen. Ah ja, da, nee, Fichtzug. Das wollen wir auf jeden Fall forschen. Ähm, und dann... Was wollten wir noch forschen? Sturmangriff. Pekinier und Reiter richten mehr Schaden an. Wäre natürlich nice, muss man sagen. Aber unsere Kirche ist noch nicht ausgebaut, ne? Habe ich recht? Ah, ich habe recht. Ach Gott. Okay, dann müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir vielleicht... ...ballistiker forschen könnten. Hat jemand Arbeit? Mir ist langweilig. Aber wir könnten auch Spionage erforschen, das würde uns auch helfen. Ähm, da können wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wollen wir mal hier mal ein paar? Ne, wir haben... Was soll der Geiz? Ne, wir haben es ja, ne? Zwar nicht, aber egal. Ich glaube, Bier haben wir eigentlich. Ja, 24 Bier haben wir. Tauschen wir eigentlich Bier gegen Gold? Nein, warum nicht? Das ist jetzt doch dämlich. Wir brauchen das Gold ja jetzt gleich für... Ah, Militär-Auber. Fürs Militär. Und wir müssten, glaube ich... Haben wir Klamotten? Yes. Aber die bräuchten wir dann für die Hausierer. Ah, scheiße. Ach Gott, 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 Gott. Hier unten können wir noch, ähm, Dings bauen. Bauernhöfe. Bauernhöfe heißt es. Es sind Bauernhöfe. So, und da können wir... Zack, Schafzucht. Hier machen wir mal so ein paar Schafzucht-Lines dran. Und die brauchen einen Brunnen. Was bauen wir eigentlich hier? Ach, ein Goldbergwerk. Hm, hm. Ist ja schön. Ähm, und dann gehen wir auch hier hin und bauen... Äh, ich wollte bauen eigentlich. Genau, ein Wohnhaus. Ein einfaches Wohnhaus wollte ich bauen. Ähm. Da haben wir noch ein Kohlebergwerk. Ha, gar nicht gesehen. Oder wird das gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wird das letztes Mal gesehen? Ich glaube nicht. Hier war 80 Kohle. In zwei Minen. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Stinkt doch nach einer Berghütte. So. Zack. Ähm, da ist... Habe ich das jetzt wieder kacke gesetzt? Ah. Das ist manchmal Klickmann. Weil man denkt, dann hat man nachher zwei Arbeitsfelder. Aber dann hat man sich irgendwie quasi beim Klicken verklickt. Sozusagen. Und dann ist das irgendwie wieder verrutscht. Und dann hat man das doch nicht. So, das ist noch ein bisschen nervig. So. Ähm. Aber was wir eigentlich bauen wollten, war ein einfaches Wohnhaus mit ein... Na, wie bei bei dran. Und dann braucht man noch ein gehobenes Wohnhaus. Das auch hier in der Nähe steht. An dem wir dann die Schneiderei dran setzen. So. Lagerhaus wurde da gebaut. Das ist gut. Aber wir könnten auch eigentlich... Na, das war jetzt irgendwie nicht ganz so clever. Egal. Ja, ich hatte jetzt gerade gedacht, man hätte ja in das gehobene Wohnhaus auch noch eine Münzprägerei drin setzen können, weil das ja quasi da alles so schön beieinander ist. Das Gold und die Kohle. Aber das geht jetzt leider ja nicht mehr. Ähm. 19 Steine. Können wir dann hier diesen Weg... Diesen hier... Ausbauen? Nicht ganz, ne? Da können wir ein Stückchen ausbauen und da können wir ein Stückchen ausbauen und hier können wir noch ein Stückchen ausbauen. So. Zack. Ähm. So. Besser Transportwege sind ganz wichtig. Hat mir der Ladebildschirm gerade auch noch wieder erzählt. Wollte ich hier nicht eine Pferdezucht bauen? Ich glaube, das wollte ich. Ähm. So, die Kaserne ist immer noch nicht fertig, ne? Fehlen 10 Steine. 10 Steine. Nur. Wogemerkt. Nur. Von den neuen, die wir noch haben. Hier haben wir Erz und Kohle. Hier fehlt auch schon eine Nahrung. Jetzt setzen wir denen einfach mal verbesserten Nahrung. Was in der Warnung Buchbindereien, ne? Ja, wobei das lohnt sich nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir haben die Metzgerei. Also die Arbeit, glaube ich, mit verbesserte Verpflegung. Ja, die Arbeit mit verbesserte Verpflegung. Ein neuer geistlicher ist zu uns hinzustoßen. Geheime Verführung. Ah. Das ist natürlich... Also gibt hier definitiv mehr zum Forschen dieses Mal. So, diesen Tier verhalten sich ruhig. Vier und fünf Truppen. Truppen. Das ist ja zum Glück überschaubar. So, wir brauchen Steine. Wir müssen unbedingt irgendwo wieder Steine, äh, 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 auftreiben. 63 Prozent in der Logistik. Das heißt, da sind 63 Prozent der Güter zum Bau dieses Gebäudes sind bereits produziert, hingetransportiert. So, wir müssen jetzt gerade warten. Das ist die Katerine, fast ich jetzt auch, wenn wir im Moment eigentlich nichts tun, außer warten. Wo kriegen wir Steine her? Die Geologen sollten ja eigentlich Steine bringen, ne? Also bringen ja Steine und oder da sind wir her. Sieben und eins, geil. Dann kehren wir das, da haben wir nämlich dann wieder ein neues Stein vorkommen. 60 Steine. Das ist geil. Oh. Ja, gut, da haben wir noch nicht alles für zusammen. Sieht auch hier geil aus mit dem Nebel, muss man schon sagen. Ähm. Schicken wir mal unsere Geistlichen aus. Dann geben wir wieder ein paar neue hier irgendwo in Auftrag. So, wobei wir die auch eigentlich mal ein bisschen zurückfahren sollten hier. Die Brüder fahren wir ein bisschen zurück, weil wir die Nahrung ja später brauchen, eigentlich für die Truppen. Aber ich glaube, bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. So, 10 Steine sind da. Yes. Jetzt müssen die nur noch zur Baustelle transportiert werden. So, wir haben 10 Steine. 12 sogar. Mensch, wir schwimmen ja quasi in Stein. Ähm, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in die Logistik spinzen. 70 Prozent. Das heißt, noch ein bisschen und dann können wir hier endlich günstige Truppen produzieren. Denn wir haben ja auch schon zum Glück ein paar Waffen vorproduziert. 32 Stück. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber egal. Wie viele Pferde haben wir eigentlich? Eins. Das ist nicht so viel. Aber wird. Für die Pferdezucht arbeitet immer mit 55 Prozent. Drei Getreide, zwei Wasser. Und dann kommt ein Pferd raus. Na, also, liebe Kinder, wisst ihr Bescheid. Drei Getreide und zwei Eimer Wasser zusammenkippen. Dann wird der Eifel. Ihr schließt neues Land, mein Freund. Neues Land. Und wir holen uns die Baustoff natürlich. Eine Forschung Ballistik hat da angefangen. Na gut, da können wir aber nicht gegensteuern. Das ist leider... Das ist da leider so. Aber wir haben hier starken Mauern. Und insofern gleicht sich das so nicht. Das geht wieder aus. Ach, die Giga... So, schön. Die Kasern ist fertig. Eins, zwei, drei. Pikeniere holen wir uns auf jeden Fall schon mal so instant. Mehr Gold haben wir im Moment noch nicht. Und wir bauen hier ein Bergwerk, also Bergküttel vielmehr, mit zwei Steinmetzen. Zack, zack. Und einem Lagerhaus natürlich. Ja, dann wäre es nur direkt daneben dran. Und jetzt haben wir wieder ein Autosave, der das Ganze ein bisschen verzögert. Ja, das Autosafen ist manchmal das, was immer so hakt. Ist ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber besser, als er täte es nicht. So. Gewaltrodung. Obwohl das eigentlich jetzt ziemlich satte ist. So, in der Logistik. Wenn wir gerade schauen, die Truppen stehen über dem Priester. Das ist okay so. Wir wollen jetzt auch erstmal mit Vorrang-Truppen organisieren. Deswegen tauschen wir ja auch Bier gegen Gold. Was ist denn mit der Forschung? Ficht zu? Okay, ist fertig. Geil. Okay, dann schauen wir mal. Wir sollten dann Spionage erforschen. Bei nächster Gelegenheit. So, die ersten Truppen sind auch schon. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgenommen. Wir holen uns noch einen vierten Pekingier. Und schon mal drei Musketiere. Und wir müssen... Ach, der hat das schon befestigt, der Sack. Brauchen wir Räder, ne? Wir brauchen Räder. Euer Gegner hat eine Technologie erfasst. Das heißt, dass er das erforscht hat. So, und den schicken wir da mal rüber. Wobei die Getreide schon auch eigentlich da so ein bisschen darüber arbeiten sollte. Und dann bauen wir hier unsere Radmacherei. Ja doch, die Kirche lassen wir mal da vorne. Aber wir schicken das Wohnhaus und das hier nach vorne. In der Logistik. So, wir haben vier Pekingierere. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall, wie gesagt, zehn. Zehn Musketiere brauchen wir auf jeden Fall zur Überwindung. Wir machen erst mal fünf. Und gucken wir mal. Erst mal fünf und dann gucken wir mal. Denn, wie gesagt, wir müssen die dann hier auch schnell ausbauen. Damit es weitergeht. Das heißt, wir müssen... Auch nach vorne setzen. Aber hinter den Radmacher. Ja, ich weiß auch, dass wir mehr Steine brauchen. So, wir müssen in der Logistik mal ein bisschen was pümpfen. So, und zwar. Die Berghütte mit den Steinmetzen. Und dem Lagerhaus. Geht mal ganz nach vorne. Ich weiß, dass es in Steinmetz fehlt. So setzen wir nur in der richtigen Reihenfolge. So, das drehen wir auch. Gut, so. Wenn ich mal schneller arbeiten würde, ging es ja. Aber tun sie ja nicht. Wie viele Pferde haben wir mittlerweile? Eins. Ist ja gar nicht mal so viel. Wir machen unten eine Schafzug weg. Und machen dann noch eine Gebreite schürfen. Ich kann nichts ohne Stein herrichten. Ja, dann baut doch den scheiß Steinmetz hier und dann können wir doch wieder Steine abarbeiten. Abschlagen, schürfen, wie heißt es für Steine? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Abbauen. Abbauen. Ne, sagen wir abbauen. So, Steine abbauen. Was brauchen wir hier eigentlich für geistliche und das Grunde brauchen wir noch zu viele. Aber wir können auch die ja nicht im Moment nicht schnell genug befestigen. Und wenn wir das Gebiet nicht befestigen können, dann ist das im Prinzip verloren. So. Uns gehen die Steine aus. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch, Leute. Ich weiß es doch. Die Leute im Norden seien komisch riechen. Ähm. Uns gehen... Ja, ich weiß es und die Steine ausgehen. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Aber wie sollte auch dieses Ding da bauen? Kann man nicht irgendwie... Priorität ist im Prinzip, wenn man das jetzt hier hinsetzt, ne? Ist im Prinzip ja die Priorität gesetzt, ne? Weil früher bei der Sita 3 konnte man ja immer noch Gebäude sagen. Hier, das Gebäude hat die höchste Priorität. Das ist nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, das geht hier nur über dieses Logistikmenü, wo man die so hin und her schieben kann. So. Das dauert noch, weil wir kein Gold haben. Die Kirche ist auch noch nicht ausgebaut. Kann sein, aber auch nicht ausgebaut. Ich fühle mich so nutzlos. Gebt mir was zu tun. Ja, jetzt jammert doch nicht alle hier rum. Wir brauchen mehr Steine. Ja, wir müssen jetzt das Beste draus machen. So, hier unten ist die Goldmine einmal auf und das ist ja schön. Nach gefühlten Jahrzehnten... Ah, die Bergwerte haben sie gebaut. Das ist doch schön. Dann sollte das dann mit den Steinen ja auch bald vorangehen. So, hier, Goldbergwerk. Machen wir mal ein, nach Geologen. Zack. So. Oh, 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 oh. Steine. Gibt es nur da. Aber ich war eigentlich bei den Fischen. Nein. Steine schwimmen nicht. Zumindest die meisten nicht. Du baust den doch da gerade. Dann ist alles gut. Ist alles gut. So, Steinwitz ist da. So. Hier haben wir hier 60 Steine. Das ist ja schon mal was. Da kann man schon mal mitarbeiten. Aber hier noch ein Gebiet mit Steinen. Ja, da sind auch noch Steine. Da brauchen wir auch wieder 7 und 1. Genau. 7 und 1. Hier brauchen wir auch mal 6 und 3. Dann würde ich mal sagen, wir reduzieren unsere Forschung ein bisschen und expandieren noch ein bisschen. Holen uns noch ein paar Gebiete, zum Beispiel dieses Gebiet dort, damit wir hier noch die Steine kriegen. Das Problem ist natürlich, wir müssen die Wege ausbauen, weil die sind ziemlich lang. Und dann dauert das halt sonst Ewigkeiten, bis das transportiert ist. Vor allem hier diese Wege hier rein in unser Gebiet müssen wir ausbauen. Sonst verlangsamt sich alles unnötig. So. Einmal einen Blick auf die Logistik werfen. Die Kirsche ist wieder ganz vorne und die Kaserne auch. Ja, dann schicken wir auch, will ich sagen, die Kaserne eins vor. Dann haben wir das so rum. Dann können wir durch den nächsten Schritt Reiter. Was hat der hier? Kein Getreide. Was? Wieso kein Getreide? Es gibt nur sieben Getreide da, okay. Gott, 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 das ist, das läuft. Ja, jetzt meckert doch hier nicht alle rum. Mein Gott. Ja, aber was nützt es mir hier so ein Gebäude, hier so ein Wohnhaus abzureißen, krieg ich ein Brett zurück, was will ich mit einem Brett? Und hier krieg ich, naja, wie ich ein Wohnhaus raus, oder preise ich meine zwei Steine, aber was nützen mir zwei Steine? Ich meine, ich brauche zehn und mehr. Und im Übrigen haben wir da einen Stein mit. Warum arbeitet der denn nicht? Ah, doch, arbeitet doch. Ist auch schön. Ausbauen wollen wir das nicht. Da brauchen wir sieben für. Hier können wir auch nicht ausbauen. Nee, brauchen wir auch mehr für. Als wir haben. Aber ist auch nicht verkehrt. Nicht schlimm im Augenblick. Wobei wir dieses Stückchen Strecke müssten wir eigentlich ausbauen, damit das entsprechend schnell läuft. Sonst dauert es ja ewig, bis ich Steine von hier aus dem Berg bis hier in die Stadt transportiert werden. Das dauert dann halt wieder eine halbe Ewigkeit, aber nun gut. Und was wir unbedingt machen sollten, ist hier die Verteidigung ausbauen, glaube ich. Wir stationieren hier, stationieren wir dann Bruder, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich glaube, ja, bei nächster Gelegenheit tun wir das. Also ich vermute mal, wir haben ja kein Bier mehr, ne? Deswegen stagniert das hier. Doch, wir haben eigentlich Bier, ne? Wir haben ja auch Nahrungsmittel. Komisch. Äh, Gott, 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 Gott. Ähm, hier haben wir, ja, ich wurde jetzt hier eingegraben. Der Sau-Nickel. Ja, wir müssen wieder ein bisschen warten, ne? Das ist wieder so ein bisschen, bisschen warten. Ein Neuer, nur Wiese. Wie schön, wie schön. Dem fehlt es ein Eisen. Das ist nicht so schön. Kohle-Mine. Die Eisen-Bergwerk, das arbeitet die Eisen-Schmelze. Arbeitet mit 100%. Können wir denn hier nochmal eine Eisen-Schmelze dran setzen, um das alles zu beschleunigen? Das ist ein bisschen fertig. Die bauen... Hey, ich komme, ich treu mich. Vielen Dank.